Wir werden die TG5, werden wir jetzt die Restbestände, die wir haben in Rot und in Schwarz, noch verkaufen. So, heute haben wir was ganz Neues von der Firma Olympus bekommen. Ich zauber das jetzt mal hier raus. Crazy. Ja, sie ist wasserdicht. Ja, sie hält Hälte aus. Ja, sie hält Hitze aus. Die TG6, meine Damen und Herren, die TG6. Um die geht es aber heute gar nicht. Es geht um die TG5. Achso, ich hatte gedacht, Olympus hat uns das hier geschickt. Ja, auch. Aber es geht um die TG5. TG5 gibt es nicht mehr. TG6, Nachfolgemodell. Technisch sind ein paar Unterschiede da. Extrem viele sind es nicht. Für den ein oder anderen Liebhaber aber trotzdem einer. Wir werden die TG5, werden wir jetzt die Restbestände, die wir haben in Rot und in Schwarz, noch verkaufen. Für, was war es, 379 Euro? Ja, ich glaube. Also 100 Euro weniger als die TG6. Wir werden da entsprechend nochmal einen Banner für Facebook machen. Und kommt vorbei, guckt sie euch an. Wir haben da noch ein bisschen mehr zu berichten. Allerdings machen wir das in einem anderen Video. Ja, an der Stelle bedanken wir uns auch für Olympus, die uns Trockeneis geschickt haben. Und lecker Eis, was an der Zunge fest schmilzt. Genau, drumherum war noch ein bisschen Eis zum Essen, aber die haben uns Trockeneis zum Spielen geschickt. Finden wir super gut. Das konnten wir jetzt direkt benutzen für das Video. Und mal sehen, was wir noch alles damit anstellen jetzt. Bis denn! Bis denn! Bis denn! Vielen Dank.